so let's play minecraft zusammen mit timon yoshi den tim wird mir jetzt richtig krass den arsch versäulen so lacht deine mutter auf ich kämpfen jetzt hier so richtig krasser fight fight und seine das ist meine kabine nimmt du die auf der karpi ziel uns zusammen aber ich schreibe da jetzt eine fanfiction aber vorher müssen wir uns auch zusammen umziehen ich habe die sache nicht aufgesammelt wie kommt man aus der arena raus spaßt ich komme hier raus gar nicht ich will hier raus sein ich will hier drüben den biegen ich weiß wie kommt man hier raus was willst du denn machen ich muss hier raus alter warum hast du keinen ausgang aus der schichter feber ich hab mir auf skype geguckt ach mann hier komm jetzt hier komm komm warte mein minecraft ist abgestürzt mein minecraft ist abgestürzt er kommt gleich ok mein minecraft ist abgestürzt er liebt dich noch Leute ich hab die ganze zeit gerendert ne hab ich nicht so jetzt müsste eigentlich wieder minecraft ist da sein ja ok so warte warte schatzi jetzt können wir uns ganz schnell hin da fassen wollen während wir uns auf den tippen und sagen wir einen schatz haben äh greifst du mich grad an warte ich schaue ich krieg schaden alter ich hab noch zwei herzen alter erst mal regen warum schreibst du zweimal xd du spaß ich hab immer an xd geschrieben bei mir warum hast du Ellie removed ich wollte eine Stunde aus der computer entfernen schreib es mal bitte hat sie mir geschrieben privat okay so ähm so genau was ich nämlich gucken wollte ist der bikin ist nämlich glaube ich das muss ich natürlich extra nachgucken m b dem der die stand für dich und n d m m es ist das alt ein der ist die breiter nicht bei dem Müttern aber die dass er fahrten gerät es wäre mir schon einmal weil ich bin ich die Mutter nein wissen wer ist der Vater ich Siefertchen du bist natürlich Siefertchen wo sie sich als Kiste mit deinem Items zu nehmen oder nicht ich freue mich in eine Schlitzacke in meiner Katrin Alter wenn man was kann ich mit dir dabei machen was wollen das Sparsten hab ich hab ich Sparsten wenn man auf Google eingibt Do Worms also Do Worms Breathe ähm wird ne äh kommt ne Seite wo aus der Sicht eines Wurms geschrieben wird ich atme durch meine Haut die Höhle wenn ich mache ich auch noch ich hab mir gern gehen nach der Fall Yoshi fehlt nie ja natürlich ich bin alles wo sie sich als Gangnummer man muss an einem Ende des Ganzen das ist mein Leben der Einzelhandel das ist ich mag die Erkrankung ich kann es in der Nähe sein und ich kann es im Jahr sein dass man das letzte Folge gemacht der Stimmungsgeräusche weil sie sind folgen sind er lässt es mal so aufgenommen mit er dass sie das wunderschöne Lied ich weiß wie ein Wort geschrieben wird und sie dann einfach äh also wenn ich ein Wort habe, wo ich viele Schreibfehler habe, dann gib es einfach bei Google ein wenn die äh, translate Google Dingsbums und dann angezeigt, wie es richtig geschrieben wird also wenn ich falsch schreibe, wird es nicht übersetzt Problem solved das Beispiel hat dazu noch gefehlt, dass das ja nicht lustig ist wo war's denn das bei... ach so, soll ich überhaupt ließen hehehehe Ristorateranz Infinitas-Gromatik-Feder Grammatik mit allem ein Warte, wird das mit allem ein... das wird... das war... ok nein, das wird... nein, das wird mit zwei geschrieben ich hab Gymna... Gymnasiasten am Sondereinsatz hehehe ne, ich bin kein Gymnasiast, ich bin ein Gesamtschüler ok, na dann ist das verständlich oh... oh... ich muss auch Abi machen, öh, und ich hab ein Jahr länger, öh... du hast einen Lehrlinge? ein Jahr länger oh... oh ja... wie wenn du jetzt kannst auch mal jedes Spiel spielen, das du aufnimmst für YouTube ja, mach doch die ganze Zeit durchgehend du färbst gerade ich raus bist du durchgehend online? bist du erreichbar? und warte, das nennt's leider ups ups er guckt wirklich keine deutschen Re-YouTuber, hab ich das Gefühl ja das hier nein ja haha wie war denn dein letzter Sommer? hehehe hehehe das ist dein letzter Sommer oh shit, das kennt er! oh shit mein Bruder hört das ok, äh... du, ich kenne nicht viele, ok? hehehe Tim, ich glaub deine Spielzeit ganz wenig Durability aber ich trau mich nicht, ne? hehehe aber das ist ja fast gemacht ja, 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 ja hehehe hehehe Tim, kannst du mir bitte noch mal... ich bin ein ganzer Mann übrigens hehehe du wirst auf jeden Fall keinen Freikling das ist der letzte Sommer hehehe Tim, kannst du mir bitte eine Spielzeit runter schmeißen? ich brauche ein neuer also ich bitte runterschmeiß beim, äh... Turm bin ich beim Mangia-Turm bin hier hab ich mich da in den Berg reingebracht ja, warte, du musst erstmal eine CRAFTEN 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 ich kenn doch Kohle, 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 Kohle Kohle ich glaub, das ist so hehehe krass das war schief als Minecraft noch cool war das war da wirklich so... Minecraft war so cool und alle in meiner Klasse immer so Kohle, 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 Kohle das hat für uns nie jemand gemacht wirklich ununterbro und hat die scheiß Kohle gesungen also bei uns haben viele Minecraft gezockt aber niemand hat Kohle, Kohle, Kohle gesungen wirklich, das ging ja den ganzen Tag so Kohle, Kohle, Kohle was müssten sich die Eltern denken von hier ja naja, die kommen in mein Zimmer und fragen ob ich meine Tabletten nicht genommen habe also für die ist das schon Normalität Normalität du bist Gesamtschüler du kennst solche Wörter nicht oh nein 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 ich will ehrlich mal sagen Gymnasiast am Sondereinsatz am besten ich hätte ja noch Gymnasia sagen müssen und nicht Gymnasiast dann wärs besser gewesen Boah, Yoshi, ne ganz im Ernst fick dich doch einfach mal in die Arsch geh zum Marktplatz geh zum Marktplatz da hab ich mich reingebaut in den Berg das ein Dings frei sterbe ich dann nicht runterfalle äh wie hoch, auf welcher Höhe bist du da oben? warte 7 3 Höhe war nochmal das zweite 100 du bist höher 100 du bist höher 100 ja dann stirbst du oder hast du Fehlerfall? nein dann stirbst du ok oh mein Gott das ist gekostet ob es wäre jetzt gewesen wäre wenn jetzt im Chat ständer äh Chicken Burger T.S. viel von großer Höhe ja dem vollen Ding habe ich nur kurz gedrückt und das Glas war eigentlich fast kaputt also nicht mal eine Sekunde mehr ja ich weiß wer ist tot gewesen richtig war hier wär ich tot gewesen? oh mein Gott ne ich weil du jetzt bist du na ist dein Leben an dir vorbei hä wo ist denn dieser Scheißgang Marco das ist einfach nur im Berg weil du musst ja unter dem Berg stehen also du kannst an einer Stelle halt so unter dem Berg runter ne ja ja das siehst du und äh warte sag ihm doch einfach deine Klinik ich bin schon in der Nähe hier Tim ja da ja 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 wisst ihr was ich heute gelesen habe ich wünschte ich hätte meine Nahtoderfahrung damit mein Leben an mir vorbeizieht und ich sehe wo ich meine Schlüssel hingetan hat krass krass das wäre so viel einfacher Tim ich höre dass das alles du baust grad ist ich bin übrigens ziemlich weit bei dem Feld ne also ich mach nichts anderes was du hast nicht gekommen gesagt du hast jetzt versaut du hast jetzt versaut ne du bist ziemlich weit am Feld gekommen deswegen ich bin ziemlich weit am Feld gekommen ich bin ziemlich weit aufs Feld gekommen weil du steht ganz zu mir ganz fickt dich doch einfach mal in die Arsch schiebt ja die Falle wie du kannst du ernst und voller weise wie sie ernst gesagt hat weil sie so so richtig zu voller ja was war es überhaupt nicht dabei alter ja ja der ist so voll ernst zu gesagt so was ja 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 was ich denke mal so wie die Spielen gerade gar nicht mit einem Tim nein mit dem Team aus dem Livestream den ihr gesehen hättest wenn du gesehen hättest man könnte ich habe den Livestream geschaut Ok Prince Tender Thorsten war ziemlich lang onwesend ja aber nur so lange wie es technische Probleme gab dann was ich bin ich ja alter ich fand das wird ziemlich genital Prozent bestätigt in Pannot er war ein Wunsch ist für das war ein Wunsch erhält der Bahn und ganz offensichtlich ein Finger mit gebrochenem mit dem gebrochenen Nagel und Prozent zwei anderen Finger und Prozent man sich hat sie haben eine kleine Finger und der Daumen gefehlt Prozent natürlich ist es total offensichtlich das ist umgedacht Prozent als habe ich zwei die die Studie in der Verkunft Norden und hier ist die Alta die Wurde zweitens war ganz eindeutig in Prozent geboren hat sein in der Nähe sind alles in der Hauptstadt Leidig Portet das Loch zu stopfen er hat das noch ein Großbruch auf die Hälfte großen Ort die Gäste gesteckt das dauert so lange die sich als ein Glück abzubauen das Ganze nur weil die erinnern ich in Wurden ich will das so ein Name richtig geschrieben ich hab' geguckt weiß gar nicht also ich mich auch schon mit Y9 geschrieben hast oder nicht das erinnert mich an damals wo ich immer so singt, ob du Levi, Lovi, Levo ja du hast Levo gesagt ich hab' immer Levo gesagt dann hast du gesagt ja ich hab's geschafft ich so ok, ja ich bin Levo ab heute heißt ich Levo alter stell dir mal vor ich würd noch Levi heißen das wär schrecklich ja alter da könnte ich nicht JASCHLE sagen dann müsstest du LEVI sagen LEVI nee, das haut nicht so rein fuck you mir ist immer noch schwer Tim, warum Tim? Tim, warum? Tim, warum? warum nicht? ne, Tim hat grad was gemacht was was hat der gekappt? ein Häufchen gelegt ey Tim echt Tim, du bist gar kein Captain Knopf wie es wenn er das grad gesagt hat hä? Tim hat mir jetzt zu hat mir jetzt ich steht bei mir im Chat grade Schickmörger TS, willst du dir zu? Hi! du willst du Schickmörger TS, willst du dir zu? Hi! Schickmörger TS, willst du dir zu? Hi! Schickmörger TS, willst du dir zu? E-kotz! Schickmörger TS, willst du dir zu? E-kotz! also, RLT, RLT, also RLT, RLT, also RLT, Buchstab »Oh gott, gibt es nur Angst« »oh mein Gott« »Oh my god« »Komme, komm komm, komm 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 »Komm komm komm, komm komm, komm 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 »Komm komm, komm 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 Christians Brother 1987 Hokschraubeeinsatz Hosho, Mother of God of N wanted Es wird am Ende der Straße! Tim, welche Höhe ist die Arena? Weiß ich doch nicht. Sag mal. Keine Ahnung. Das muss reichen. Ich baue übrigens überall random das Feld ab, damit ich Samen habe zum Spritzen. Geil. Geil. Wolltest du sagen, das Feld ist halb und halb grün? Also nicht von meinem Sperma. Wo kommen denn die ganzen Zombies jetzt? Aus deiner Mutter. Oh shit. Oh shit. Ich packe hier gerade die harten Sachen auf. Drogenleben ist nicht gut, Yoshi. Das war nicht geplant. Welche Drogen Yoshi nimmt, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst du eine Postleitung da. Und tschüss. Sag bitte 321, da kann ich am Anfang raschisch sagen. Okay.